Hallo und willkommen zu meiner Wünsch-dir-was-Episode. Da ich in letzter Zeit immer wieder Vorschläge bekomme, worüber ich mal ein Video drehen sollte, und mir nichts mehr einfällt, dachte ich mir, dass ihr mir einfach etwas vorschlagt. Schreibt einfach eure Vorschläge in die Kommentare, und wenn ihr Glück habt, dann drehe ich mal ein Video über etwas, was ihr euch wünscht, aber auch nur vielleicht muhahaha, und bis zum nächsten Mal euer Lieblings-Hater. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen. Also gebt mir einen Daumen runter. PS eure Videos sind schlecht muhahaha.